ich kann noch einen auftrag mit leben aber wusste wir kisten ich hab drei wenn wir nachholen 25 abschlüsse wie schaffe ich sie diesmal texas können wir gucken ob ich 25 gewerbschlüsse schaffe aber ich bin der einzige für die andere karte ich stimme gegen den strom gespielt ihr habt diesen auto hier sehen muss ich ganz ehrlich sagen der karten vorschlag oder im karten vorschlags menü vorschlags menü so nämlich meine ja ja jaそうですね doch ja stimmt hat er gleichzeitig C und A genommen. Ich bin erschüttert. Dass man ja auch nicht mehr sieht. Alter, pünktlich zum Punkt entnehmen und zur Granate gekommen. War ja so klar. Sitzt du so rum schon wieder. Na klasse. Ich hab die Granate verboten. Ich hab sie sehen. Ich hab sie noch poltern hören. Ich wollte noch zurückgehen, aber ich hab sie nicht geschafft. Ey. Das ist mir härter als Liebste. Ich komm ja nicht aus meiner Ecke hinten raus. Ey, wo ist denn einer? Hier steht er. Ey, ich hab noch ein bisschen in der Ecke. Ich glaub. Ich bin gleich weg. Nan. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht. Ja, kommt der. er hat der beste an der kämter schon irgendwo in einem wort das stimme scharf jetzt werden warum bist du schön mein club da ist ja ich habe ein sniper ist aber er kann wahl erhält schatz verteilen sollten wir um die übersitzung also genau von unserem erster um hat erledigt der empirik alle sechs mal weg gesagt ja so dass man dann habe ich ja mitmachen darfst noch genau so nach oben drauf ach der ist ja noch gibt es ja nicht doch den hätte die granate erwischt die erste runde gestern eigentlich schön in der zwischen oben man schießt auf der drohne oder wasser bist du denn unterwegs das ist dann noch mal da aber keine ruhe und unterschiedliche volle kollegen habe ich wissen wie viel ja also ja das ist mein nächster mein letzter nächster und letzter man da wie ich mich über meine eigene dummheit kürzer schießen aber klasse er hat mich schon wieder geholt so meine aufträge schaffe ich nicht wenn es so weiter geht jetzt kicken die andere kicken die an genau ist klar nicht mehr in die richtung geschossen aber sie alle gehen hätte schon kopf habe ich noch dann habe ich auch reich ist so etwas mehr webbomber wieder Ach, er hat doch eine Schutzwestern oder was? Aber er snappert ihn, André. Habe ich weg den Sniper? Wollte ich auch. Entschuldige. Habe ich auch. wie man da sitzt ja schon wieder in kopfschuss war es liegt bei denen auf der aktivität am buch hinter mir auch wenigstens auf jeder seite nebeneinander nebeneinander bist ja ja genau ja aber fertig kann sich die meine ufträge neue schaffte da gnadenlos zähne ohne zu sterben wird die machen kann das war eine sehr schöne eine sehr große genug tun für mich zur ersten runde hallo und stimmen die körper ohne jetzt ein rotz hier das war die sniper ich werde mal eine bombe rüber schicken sehr schön wer da und gammel nach wo sie hin meine frisse seine auch glück gehabt man blöden scheiß drecks huren camper der turm weit gesichtet aber ich habe auch beschlossen er wollte gerne noch mal richtig abgeräumt die erste runde richtigen klatschen zum abschluss noch mal eine sehr gute runde muss ich sagen das blatt quasi gewendet könnte man sagen ja ja die einfachen du die karte du die kart und du die kart nochmal etwa du die karte du die kart du die kart und du die kart das sage ich die wahl kann er erst dann auch es hat auch drei kirsten aufgemacht und alle du die karte und ich glaube letztendlich ist da bekommen hat schon mal die du die karte drinne kann auch nicht wahr sein holzpistole geil ja gut das ist aber sonst nur du die karte so und dann hast du ich habe kapsel mehr als sechs so fangen wir mit den einfachen du die karten an und dreimal du die kart ist der kiste ja dreimal du die kart gut geil so jetzt kommen wir mit den seltenen du die karton um die ecke du die karton um 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 Kiste hat. Vielleicht haben wir doch auch noch ein paar Duplikate. Oh doch, ein Duplikat habe ich. Weil die Klamotte und den Zero da wegbehalten. Klasse. Ich finde es hat sich auf alle Fälle wieder richtig gelohnt. Die Klamotte und die Klamotte.